Willkommen zu einem neuen Podcast von uns, aber bevor es jetzt losgehen kann, wie immer, der Disclaimer. Wir haben keine medizinische oder psychologische Ausbildung. Alles, was wir hier empfehlen, beruht auf unserer Erfahrung oder entspricht dem, was wir gelesen haben. Ausprobierende Tipps etc. also auf eigene Gefahr. Auch stellen wir keinerlei Anspruch auf Richtigkeit. Wir geben uns zwar Mühe, aber wir sind leider nicht perfekt. Wegen der umstrittenen Rechtslage mache ich euch auch darauf aufmerksam, dass wir hier Werbung machen. Und zwar unbezahlt, sonst würden wir euch extra nochmal im Podcast darauf hinweisen. Aber wir reden über Bücher, Filme, Produkte und öffentliche Personen, also titulieren wir das jetzt einfach mal als Dauerwerbesendung. Weil wir ja andauernd etwas erwähnen, was ihr kaufen könntet und euch auch Dinge empfehlen, die wir gut finden oder auch mal ein Rezensionsexemplar bekommen haben. Aber wir sagen immer unsere Meinung und nicht, weil wir dafür Geld bekommen. Und jetzt, meine Lieben, wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Podcast. Hi, meine Lieben, hier sind wir wieder zu einem neuen Podcast. Und diesmal geht es um ein Podcast-Thema, worum ihr uns gebeten habt, darüber etwas zu machen. Und es ist das große, große Thema Kreativität. Und ja, das war für uns gar nicht so leicht, da etwas zu finden, beziehungsweise wir haben reichlich über Kreativität, über Künstler und so weiter. Aber Kreativität ist ein weites Feld, wie gesagt. Weil Kreativität, da denkt man natürlich gleich an Kunst und Künstler. Aber dazu gehört ja auch, Alltagsprobleme zu lösen. Dazu gehört, ich habe Reste im Kühlschrank, was mache ich daraus? Dazu gehört, den Tag zu planen oder dazu gehört Problemlösung. Und wir haben uns jetzt entschieden, dass wir über Kreativitätssteigerung hauptsächlich reden und über Künstlerische Kreativität. Also wie entsteht die Kreativitätskünstlers und was kann man dafür alles noch machen? Natürlich ist das hier alles nicht vollständig. Also wir sind jetzt kein Lexikon und sagen euch alles, wirklich alles, was ihr machen könnt. Sondern nur das, was wir so in den letzten Jahren erfahren haben zum Thema Kreativität. Ja, und es kann gut sein, dass ihr noch drei, vier Podcasts irgendwann im Laufe der Zeit bekommt, die sich eben auch mit dem Thema beschäftigen. Weil es kommt ja immer mal wieder ein neuer Aspekt dazu oder man nimmt sich halt einen anderen Teilbereich dabei raus. Und ich habe ja totale Angst, dass wir mit den Podcast-Themen aufgrund laufen. Darum tut Sina einen Gefallen, bombardiert sie mit Themen. Also ich, ja, zu den Themen sage ich jetzt gerade noch was. Aber da ist unsere Kreativität dann halt gefragt. So kreativ bin ich da nicht. Ich habe da echt ein bisschen die Molukken vor, dass ich da völlig aufgrund laufe bei dem Thema, bei diesen ganzen Themenvorschlägen oder beziehungsweise welche Themen man machen könnte. Und wie man die einzelnen Themen dann halt noch spezifischer macht oder so. Da bin ich ein bisschen überfragt und überfordert, weil ich will es dann ja auch gut machen. Und da muss ich genug dafür haben, dass es auch wirklich einen Zeitraum füllt. Und naja, ihr habt uns auch Anregungen geschickt, über welche historischen Personen ihr was haben wollt. Das wird ein bisschen schwieriger. Es wird auch ein bisschen länger dauern, bis wir eine historische Person euch vorstellen können. Weil wir sind eigentlich Pingel und ich muss jetzt lernen, nicht so pingelig zu sein. Am liebsten hätte ich dann natürlich alle Bios, die auf dem Markt sind, gelesen. Jede Doku gesehen, die irgendwo mal gelaufen ist. Um euch dann die Person zu präsentieren, aber ja, da muss auch ein bisschen Zeitersparnis hin und ja, ein bisschen zügiger. Aber trotzdem ist es natürlich immer ein absolut umfangreiches Gebiet, sich mit einer Person zu beschäftigen. Und wir beschäftigen uns jetzt erstmal mit Personen, denke ich mal, ein bisschen abseits der großen Weltbühne. Die Leute, über die ihr nicht schon eine und 100 und eine Doku gekriegt habt. Ja, und vor allen Dingen Leute, mit denen wir uns in den letzten Jahren zwar, die uns zwar interessiert haben, aber mit denen wir uns noch nicht so ganz genau beschäftigt haben. Weil viele Bios haben wir gelesen, haben nichts rausgeschrieben, die jetzt nochmal gleich hinterher zu lesen. Das macht keine Freude. Und nochmal alles rauszuschreiben. Deswegen, da wird es ein bisschen schwieriger, auf eure Wünsche halt einzugehen. Aber wir haben jetzt schon gehört, Adel, Marie Antoinette, das sind so zwei Themen. Napoleon. Napoleon. Ja, das ist natürlich so eine Sache. Ich verfolge Napoleon ja schon, seitdem ich 14, 15 bin. Aber ich habe mir nie groß was rausgeschrieben. Und wie gesagt, da war einfach nur diese Person als solche irgendwo zu erfassen. Das war für mich irgendwo so der Grund. Mich so ein bisschen, ich war ja so ein bisschen verschwärmt in ihm. Ich gebe es ja zu. Oder auch Ludwig der Zweite. Ich habe da viel drüber gelesen. Aber wenn wir sowas machen, dann wollen wir ja nicht so völlig vage durch die Gegend tapsen. Dann soll das ja schon ein bisschen ordentlich werden. Also Marie Antoinette, ich habe mir jetzt schon eine Liste mit Leuten gemacht, die doch recht interessant sind. Marie Antoinette steht tatsächlich nicht drauf im Moment. Aber Napoleon steht drauf. Marie Antoinette ist halt so, dass ich sie sehr interessant finde. Aber nur dieses Köpfe rollen, das ist halt ein Problem. Wir haben letztes Jahr oder vor ein paar Monaten haben wir jedenfalls eine Doku geguckt über dieses kleine Dörfchen, das sie sich da gebaut hat. Und das fand ich ganz, ganz toll. Es ist sehr kreativ, um jetzt auf das Thema Kreativität zu kommen. Ja, aber ich habe immer irgendwie so diesen letzten Gang von ihr vor Augen. Und es ist nicht so eine schöne Vorstellung. Das ist auch so etwas wie Anne Boleyn, wo ich sage, oder Maria Stewart, wenn die Köpfe direkt rollen, das ist so nicht so schön. Also ich sitze ja im Moment an Oscar White und das ist schon bei mir ein bisschen sehr runterziehend. Also ich komme jetzt zu der Zeit, wo es auf die Haft zugeht und das ist immer nur für die stabileren Tage geeignet. Und bei Marie Antoinette, und das ist ja ziemlich doof dann gelaufen am Schluss oder auch bei der Düberi oder so, das ist dann schon etwas, da muss ich wirklich ein bisschen stabiler sein. Dass ich da nicht wieder den Glauben an alle Menschen verliere und überhaupt den Mensch an solche, als solche sind ich so ein Teufel. Deswegen wird das ein bisschen dauern, denke ich, aber um Napoleon werden wir uns auf jeden Fall kümmern. Klar, der steht auf der Liste, vor allen Dingen, weil Mar hat es schon gesagt, dann soll ich die Bios nochmal lesen. Und ich muss auch nochmal ran, also geht kein Weg dran vorbei. Und auch Josephine ist ja für mich auch eine sehr schillernde, interessante Persönlichkeit. Also da werdet ihr auf alle Fälle irgendwann was bekommen, aber mühsam nährt sich das Eichhörnchen. Uns würde es jedenfalls super interessieren, für welche Persönlichkeiten ihr euch interessiert. Habt ihr irgendwelche anderen Themen? Wir sind da vollkommen offen und wie gesagt, damit Sina nicht die Molucken kriegt, wäre es wirklich sehr schön, wenn ihr uns noch ein paar Vorschläge schicken würdet. Ja, also wenn ihr irgendjemanden entdeckt oder so, immer mal her mit den Themen. Ich sammle die, ich gucke mir das an und wenn ich sage, hey, ich habe jetzt einiges darüber und ich habe auch irgendwie die Nerven oder die Zeit oder den Bock dazu, dann werden die natürlich vor den anderen vorgezogen, ganz klar. Okay, so und jetzt kommen wir auch wirklich zum Thema Kreativität. Wie gesagt, es geht hier hauptsächlich um die Künstlerische. So, Kinder und Jugendliche sind ganz klar kreativer als die Erwachsenen. Woran liegt es? Es liegt bei ihnen nämlich daran, dass sie noch keine festen Denkwege haben und sie auch noch weniger Angst machen, was falsch zu machen. Ich glaube, Tim Burton war es, der gesagt hat, dass jedes Kind noch ein Künstler ist. Also ich weiß es jetzt nicht hundertprozentig, aber ich glaube, er hat mal so etwas gesagt. Und ihr wisst es selber, wenn ihr anfangt und erst mal wisst, wie der Hase läuft oder wie man etwas machen muss. Wenn ihr in der Schule seid, zum Beispiel, nehmen wir Mathe, da wurde nicht nur immer die Lösung verlangt, auf die man kreativ kommen könnte. Nein, man musste auch den langweiligen, in Anführungsstrichen, Lösungswegen noch hinschreiben. Und sonst bekam man halt nicht die, ja, nicht unbedingt die Punktzahl. Und Kreativität wird nicht groß geschätzt in den Schulen. Wir müssen interpretieren, so wie die Sachen zu interpretieren sind. Es gibt ganz klare Ja, Nein, Falsch-Sachen. Wer kreativ antwortet, landet vielleicht mal in solchen Büchern, wie die verrücktesten Kinder antworten oder sowas. Und dann sagt jeder, hey, das Kind ist wenigstens kreativ gewesen oder der Schüler. Kann ja auch schon ältere sein. Es ist ja auch schon ein bisschen problematisch beim Kunstunterricht. Und ich glaube, dieses ganze Benoten und Vergleichen auch mit anderen, das sind alles so Sachen, die nicht gerade die Kreativität fördern. Ihr wisst es selber, Kunstunterricht und vor allen Dingen, ich hatte immer ein Riesenproblem, wenn es sie ist, Karneval. Da ist mir nichts eingefallen. Gar nichts. Also das war immer, ich wusste es schon immer, wenn es so auf Rosenmontag zuging, Karnevalsbild. Oh, ich habe es gehasst. Aber andere Sachen konnte ich wieder gut und die haben mir auch Spaß gemacht. Aber da habe ich völlig versagt. Ja, jedenfalls, ihr wisst es, dass, dass es halt, einmal gerade den Hund stopfen, stopfen, stopfen vom Bellen. So, ihr wisst es hier, unprofessionell ohne Ende. Wir sitzen hier vor unserem Mikro mitten im Wohnzimmer und wenn irgendwo was klopft oder scheppert, legt heute unser Hund los. Das ist alles Teil des Charms der Glimmerfeen. So würde ich das jetzt mal sagen. Also, jedenfalls, es ist so, wenn ihr halt benotet werdet oder so, wird es schwieriger. Aber dazu kommen wir gleich noch genauer. So, Puppen und Stofftiere, Bauklötze, Lego, Playmobil, das fördert natürlich alles die Kreativität, weil ihr selber etwas erschafft. Also nicht, wenn ihr Lego jetzt nach Bauplan baut. Das ist dann auch nicht sonderlich kreativ. Natürlich wäre es geil, wenn ihr erst mal seht, okay, das und das könnte das ergeben. Je nach mehr Arbeit, wo ihr dann halt erst mal die Techniken drauf habt, könnt ihr kreativ richtig loslegen. Aber im Allgemeinen ist halt dieses nicht elektronische Spielzeug, fördert natürlich ganz anders die Kreativität, als wenn ihr vor einem, und ich habe nichts gegen diese Spiele, versteht mich da nicht falsch. Ich habe selber super gerne gespielt, aber wenn ihr vor einem Jump'n'Run sitzt oder. Habt ihr halt einen vorgegebenen Weg und da nutzt euch die ganze Kreativität nichts. Und das ist ja auch bei Lego so, diese ganzen Bausätze sind total toll. Ich finde das faszinierend, wenn das jemand so zusammenbauen kann. Aber richtig kreativ wird es ja eigentlich erst, wenn man sagt, so okay, und jetzt alles auseinander und noch ganz andere Steine dazu. Und ich baue mir jetzt überhaupt mal was ganz anderes, frei nach Schnauze. Und ich kann mich als Kind oder ich weiß gar nicht, wann Lego auf den Markt gekommen ist, aber jedenfalls, wo ich noch klein war, da kann ich mich nicht erinnern, dass es von Lego schon Bausätze gab. Da musste man halt sehen, wie man sich einen Hund baute. Ich glaube, das würde ich heute echt noch hinkriegen. Das war, glaube ich, ein Achterstein. Das war der Körper. Zwei Zweier, das waren die Beine. Und dann gab es ein Sechser als Kopf und noch ein Zweier für die Ohren. Genau. Sina versucht das gerade im Kopf zu konstruieren. Ja, das geht. Ja, das müsste so funktionieren. Ja, ich denke, so ging das. Ist doch egal. Oder war es ein Vierer als Kopf. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Und es war ja vielleicht noch Holzschwanz hinten drauf. Aber ich glaube, dieses kreativ, die Kinder, ja, Kinder sind da ja auch noch ganz anders. Ich kann mich noch erinnern, dass wir im Wald viel gespielt haben und Staudämme gebaut haben. Damals vorm Krieg? Nee, nee, der war schon vorbei. Und ich musste auch nicht die Aufbauarbeiten mitmachen. So alt bin ich dann ja doch noch nicht. Demnächst stellt es mich vor und jetzt kommt Methuselix hier ans Mikro. Nein, aber ich glaube, dass ich zumindest damals da doch noch mehr Freiraum hatte. Und vor allen Dingen, es gab ja auch keine anderen Möglichkeiten. Da gab es Lesen, Fernsehen war ja auch nicht viel. Also gab es halt nur Natur, Tiere und mach was. Naja, Lesen macht ja auch nicht kreativ. Aber Lesen macht was anderes für euch. Dazu kommen wir später noch. Ähm, aber die Sache ist halt, äh, Kreativität, wenn ich das heute so Tage sehe, wenn ihr natürlich so ein Gameplay habt, ähm, da, ich hab Final Fantasy zum Beispiel irre gerne gespielt. Vor allen Dingen Final Fantasy 9. Aber da war ja nun mal nix so mit, äh, kreativ sein. Das ist halt etwas, wenn ihr nur solche Spiele spielt oder ich hab Tekken gerne gespielt und, äh, was nicht alles. Das hatte natürlich ein ganz klares Gameplay und da war nichts. Doch, da war was mit Kreativität. Ich hab mir immer extra Geschichten dazu einfallen lassen. Fällt mir gerade ein. Das heißt, wenn ich mit meiner Cousine, hab ich viel Tekken gespielt auch. Und weil die war dann übers Wochenende mal zu besuchen, dann hab ich mich halt mit ihr vor die Playstation gesetzt. Und dann haben wir uns Geschichten über diese einzelnen Personen einfallen lassen. Über, äh, ach, wen gab's da? Julia, Nina, Jin, Kazama und so weiter und so fort. Und, äh, wir haben dann halt überlegt, okay, warum müssen die jetzt gerade gegen diesen Gegner ankämpfen? Und warum müssen sie dies und das und jenes machen? Ich möchte nicht sagen, dass es nicht, ähm, man kann alles weiterspinnen. Man kann bei allem kreativ werden. Man kann alles als Inspirationsfläche nehmen. Aber es ist nun mal nicht unbedingt das, was absolut die Kreativität fördert. Also ich kann mich noch erinnern, jetzt wo wir so darüber reden, dass meine Schwester damals mit mir Kerzen ziehen machen wollte. Also alle alten Kerzen irgendwo in so einem Kochtopf und ratzfatz, äh, ja, brannten leider die Gardinen und es gab einen Morgtsärger. Ähm, ja, oder sie hat halt, äh, den Tick gehabt, dass sie meinte, sie müsste mit mir Puppen spielen, Puppentheater. Und sie hat halt die ganzen Kochlöffel von meiner Mutter genommen und hat die bemalt. Gab auch wieder Ärger, wie ihr euch denken könnt. Kein Sinn für Kreativität. Kein Sinn für Kreativität diesbezüglich. Sie hat einen Haufen Ärger gekriegt, weil sie immer auf gute Ideen irgendwie gekommen ist. Sie war kreativ. Sie war kreativ, ganz genau. Ja, und meine Eltern hatten dafür eben weniger Verständnis und, naja, es hätte noch mehr passieren können. Sie hätten sich eigentlich freuen können, dass wir das überlebt haben, ne? So mit brennenden Gardinen und, ja, wir haben es ja auch noch versucht zu vertuschen, aber irgendwie fällt das auf, wenn auf einmal keine mehr da sind. Und es riecht sehr unangenehm im Haus. Naja, egal. Aber, ja, wie schon gesagt, wir mussten uns halt selbst beschäftigen und irgendwas selber bauen. Und da gab es kein Zelt von Ikea, das man aufgebaut hat. Da hat man sich halt eine große Decke genommen, hat die über den Küchentisch geworfen. Und dann war das ein Zelt. Und dann war das ein Zelt. Oder ich habe, oder wir hatten so einen, ich weiß nicht, das war nicht ein Wäschekorb zum Beispiel. Das war dann ein Boot oder so, wo man in der Küche eben, ich habe viel in der Küche gespielt. Warum eigentlich? Jedenfalls haben wir dann halt einen Wäschekorb dahingestellt und dann war das auf einmal unser Schiff. Und das regt natürlich mehr die Fantasie und vielleicht auch die Kreativität an, als wenn man, zum Beispiel ist das ja momentan auch so, dass hinten auf, wenn ihr eine Puppe kauft, dass da hinten schon eine Spielstory halt mehr oder weniger vorgegeben ist. Ja, und der gesamte Charakter, wie dieser jemand zu sein hat. Also müsst ihr mal darauf achten, geht mal wirklich in die Spielzeug- oder Spielwarenhandlung. Ob es jetzt auch Lego ist, die ganz klar ihre Charaktere rausbringt durch The Lego Movie. Ich fand das gut. Also Lego Movie fand ich ganz toll. Das war kreativ. Es war nicht nur kreativ, es geht auch um Kreativität. Es geht um das kreative Spiel mit Lego. Ich möchte euch da ja nicht den Twist am Ende vorweg nehmen. Also wenn ihr, Ninjago muss ich noch zu Ende sehen, aber hier war auch kreativ. Aber The Lego Movie ist mega, mega kreativ. Vor allen Dingen ist es absolut ein Film. Ich hätte nie gedacht, dass er mir gefallen könnte. Aber es ist ein Film, wo es wirklich um Kreativität geht. Dass ganz klar gesagt wird, dass das kreative Spiel gefördert werden sollte, anstatt nur zu bauen, um hinzustellen und stehen zu lassen, sondern einfach wieder kreativ auch zu sein. Also ihr wisst es vielleicht, ich bin auch ein absoluter, ich bin ziemlich kontra dieses, von diesem Elektro-Spielzeug, das es jetzt gibt. Ob es diese Hatchimels sind, ich habe auch eins, weil ich dachte, das ist der, das ist so mir was von genial. So ähnlich wie Tamagotchi, nur verbessert, um es in den Arm nehmen zu können. Ich habe das verfluchte Vieh 15 Minuten ausgehalten. Nachdem es geschlüpft ist, ging es mir nur noch eins, auf die Nerven. Und ich habe nur gedacht, okay, früher hat man halt so ein Stofftier gehabt und hat dann die Gefühle rein interpretiert. Heutzutage sagt dir das Tierchen, was es hat. Und du wirst auch gar nicht mehr kreativ, was du jetzt machen könntest. Weil früher habe ich gedacht, okay, meine Puppe ist hier zum Beispiel krank, was kann ich tun, damit es dieser Puppe besser geht. Ich habe halt ein kreatives Spiel gehabt. Und dann, ja, jetzt sagen sie, okay, dann halt dem komischen Vieh das Spielzeug, was dabei liegt, von Schnabel und dann ist es wieder gesund. Aber dann möchte es singen oder dies oder das machen. Nicht nur, dass es einen hyperaktiv macht, dieses blöde Spielzeug. Und völlig immer wieder, es schreit ja nur nach Aufmerksamkeit, man nicht in dieses imaginäre Spiel reinkommt. Nein, es ist auch ein Spielzeug, was euch ganz klar vorgibt, wie ihr damit zu spielen habt. Und das finde ich irgendwie total schade. Ich kann mich auch erinnern, damals, dass, oh, das hört sich so alles so uralt an. Egal, ich bin ja auch älter. Ich habe irgendwann mal eine Puppe gekriegt, keine richtige Barbie, die hatte meine Nichte, die war vier Jahre jünger. Ich habe eben so eine Petra oder weiß der Kuckuck was bekommen. Aber für die gab es auch so noch nicht Kleidung. Das heißt, wenn man die irgendwie anders anziehen wollte, dann musste man sich was einfallen lassen. Ich kann mich noch erinnern, dass wir aus Taschentüchern irgendwelche Kleider zusammengefriemelt hat. Ja, obwohl du ja schon Konsumkind warst, du hattest ja immer alles irgendwie. Ja, aber trotzdem habe ich mich hingesetzt und habe gedacht, okay, ich nehme so ein weißes Taschentuch und das drapiere ich trotzdem um die Barbie rum. Es wird ja auch viel gemacht. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die neuen Kinder, die neuen Kinder, die neue Kindergeneration jetzt kreativ verkümmert, weil das wird sie garantiert nicht. Und es gibt genug Sachen, die wiederum die Kreativität ankurbeln. Aber es ist halt so eine Sache, wir reden ja jetzt gerade über Kreativität und dieses Ganze, was das Rollenspiel begünstigt, ist zum Beispiel sehr kreativ. Oder etwas, was das freie Bauen, das Malen oder so, halt fördert. Natürlich auf der einen Seite die Techniken lernen, das ist gut Anleitungen zu haben, aber dann auch die Kinder halt zu ermuntern, zu sagen, hey, weißt du was, jetzt gehen wir ins kreative Spiel oder mal jetzt mal. Oder diese ganzen Sachen, du kennst jetzt die Techniken, mach was Neues daraus. Anstatt immer nur das zu kopieren, was schon da ist oder Anleitungen so strikt zu folgen. Ich meine, Malbücher sind toll. Man lernt dadurch ja auch Präzision. Also ich habe das jedenfalls dadurch gelernt, nicht überzumalen und so weiter. Aber Malen nach Zahlen ist so eine Sache, ist bestimmt ein schönes Hobby, aber es ist nun mal nicht kreativ. Ja, Puzzeln ist auch nicht kreativ, aber es ist entspannt. Es ist entspannt und damit ist ja auch der Sinn irgendwo gegeben. Naja gut, niemand sagt bei Puzzeln, dass es kreativ ist. Bei Malen und nach Zahlen, Malen wird ja immer mit Kreativität irgendwie verbunden. Aber es ist egal, wenn es der Seele gut tut, ist es gut. Nur es wäre vielleicht auch gerade bei Kindern eben auch wünschenswert, dass sie einfach mal drauf losmalen können. Und wir reden hier jetzt ja ganz klar über Kreativität. Wir reden jetzt hier ja nicht darüber, wie Kinder gut entspannen oder so. Oder dass diese Spiele wie Candy Crush oder so gut sind, wenn man sich ablenken muss von Trauma, damit Trauma sich auch nicht verfestigen und so weiter. Darüber reden wir jetzt ja gar nicht. Es geht jetzt ja wirklich darum, was fördert die Kreativität und was nicht. So und Osho meinte, wir müssten halt die Sachen machen, die wir machen wollen, ohne uns auf die Resultate zu konzentrieren. Und das ist es halt. Wir lernen irgendwann im Laufe unseres Erwachsenwerdens genau auf die Reaktionen der anderen zu warten, zu achten, uns diesen Erwartungen anzupassen. Und damit geht ganz, ganz viel unserer eigenen Kreativität flöten. Ich zum Beispiel habe auch gemerkt, dass ich viel zu sehr, und ich glaube, das ist auch Schuld an meiner Schreibblockade, dass ich jetzt seit drei Jahren nichts geschrieben habe, dass ich immer das Publikum im Kopf habe, dass ich immer von außen auf die Wirkung gucke, wie wirkt das jetzt, wie würde es auf mich wirken, nicht mehr den Spaß am Spiel zu haben, am Schreiben zu haben, sondern tatsächlich immer mehr das alles selber sofort wieder kaputt zu machen, weil ich in die Rolle des Publikums gehe. Ich bin nicht das Publikum, versteht ihr, was ich meine? Und das ist etwas, das ich gerade auch versuche, bei mir rauszubekommen, auch wenn ich einen Podcast aufgenommen hatte oder ein Video oder so. Also immer in die Rolle des Publikums zu gehen und kritisch zu beäugen, was fand ich jetzt gut, was kann ich verbessern und so weiter. Ich bin kein Sportler. Es geht nicht darum, meine Performance zu steigern, sondern es geht darum, etwas Neuwertiges, Authentisches abzuliefern. Das ist ja auch das Problem irgendwo bei Instagram. Wenn man erfolgreich sein will, ist man in ein ziemlich starres Muster halt reingezwängt. Und ich meine, es gibt nun mal nur so und so viele Arten und Weise, ein Buch zu fotografieren. Das klappt mal besser, mal schlechter, aber letztendlich ist man da schon ziemlich eingeengt. Aber dann dürfen es ja nur Bücher sein. Ja gut, wenn man natürlich Erfolg damit haben will. Und das und jenes, ja. Aber trotzdem gibt es immer Leute, die mit ihrer Kreativität irgendetwas durchbrechen und ganz neue Standards setzen. Das dürft ihr nicht vergessen. Und ihr müsst halt, es gibt halt auch immer den Unterschied und das war für mich ganz, ganz wichtig auch zu kapieren. Es gibt den Künstler und es gibt den Handwerker. Und es gibt den Künstler, der sagt, ich hole alles aus mir heraus. Und es gibt den kreativen Arbeiter, der sagt, ich habe jetzt einen Auftrag und jetzt werde ich kreativ aufgrund dieses Auftrags. Das sind alles ganz, ganz unterschiedliche Spielweisen eines kreativen Blickwinkels. Und ja, aber das geht jetzt zu weit. Kommen wir wieder zur Kreativität. Kreativität. Ich empfehle euch dazu das Buch Big Magic von Elisabeth Gilbert. Ich habe das damals als Hörbuch auch gehört und ich habe mir keine Notizen oder so gemacht. Tut mir also sehr, sehr verdammt leid, dass ich euch dazu nichts sagen kann. Aber sie hat viel über Kreativität geschrieben, auch dass sie nicht daran glaubt, dass Künstler depressiv und schlecht drauf sein müssen. Und sie redet über den Punkt, über den wir jetzt stolpern. Manche Künstler sehen sich halt als Medium. Keith Richards zum Beispiel meinte, dass in seinen kreativsten Momenten er nicht mehr der Komponist war, sondern einfach nur noch ein Medium. Jemand, der etwas empfangen hat und das nur noch zu Papier gebracht hat. Und so geht es ganz, ganz vielen Künstlern. Das ist ja auch, Cornelia Funke hat es ja auch mal so schön erzählt. Irgendwann sah Staubfinger bei ihr auf dem Schreibtisch und hat gesagt, das ist meine Geschichte, ich will in das Buch rein. Und das glaube ich ihr auch. Ich glaube, dass Künstler wirklich da eine sehr starke Verbindung haben. Ich habe es ja bei Sina gesehen. Sie wollte irgendwann, ich glaube, ein Inder einbauen beim schottischen Geist. Und der hat irgendwann gesagt, nö, ich will hier nicht sein. Stimmt, der ist gar nicht mehr drin. Ratsch ist gar nicht mehr drin. Ne, der hat gesagt, ich will nicht. Das macht mir hier keinen Spaß. Ich verweigere mich. Drei Viertel des Buches und er saß da. Sie saßen im Pub und er hat da gesagt, ich steige aus. Und ich habe diesen Satz auch echt geschrieben. Und ich habe da aufs Papier geguckt und habe gedacht, was soll das denn jetzt? Ja, ich steige aus. Und ihr seid allesamt total unverantwortlich. Und ich habe gesagt, du hast irgendwo einen guten Punkt. Aber Junge, ich will die Geschichte erzählen. Und da musste ich halt nochmal von vorne das alles überarbeiten und habe dem ehemaligen Pub-Besitzer reingeschrieben, als dass der da, weil der Pub-Besitzer war total sympathisch. Ich habe gedacht, ach, den magst du total gerne. Und dann habe ich ihn als Daniel eingebaut. Ich habe also diesen Pub-Besitzer genommen und habe den aus Schottland dann rekrutiert und habe ihn dann in die Geschichte gesetzt. Also auch zum Geisterjäger gemacht. Genau, auch zum Geisterjäger gemacht und habe halt Ratsch rausgeschrieben. Oder ganz gänzlich rausgelassen. Der ist nicht mehr drin. Aber stimmt, das war so ein Moment, wo ich völlig geschockt war davon, weil ich es niemals geplant hätte. Genauso wie Serena und Lionel auch in eine völlig andere Richtung gegangen ist. Und ich habe mit vielen Autoren gesprochen, gerade die, die intuitives Schreiben machen. Wenn man einen guten Tag hat, fließt die Geschichte. Sie fließt aus einem heraus. Da hat man nichts geplant. Da weiß man nicht, was einen jetzt als nächstes erwartet. Man ist halt tatsächlich einfach nur in so einem Rausch drin. Und man hat auch ganz, ganz wenig Chancen, nur noch einzugreifen in diese Geschichte. Weil irgendwie die Geschichte sich von alleine erzählt. Ich bin nicht super kreativ. Das muss ich leider dazu sagen. Ich bin mehr der Handwerker. Also ich kann da wenig mitreden. Außer das, ja, was ich gelesen habe. Aber ich bin nicht diejenige, die super kreativ ist. Jedenfalls nicht in dem Bereich. Ja, ich notiere nur alles. Ihr wisst es, bei YouTube findet ihr die Infobox mit all den Sachen, die wir hier erwähnen. Und ich muss das nebenbei schreiben. Und ich kann nicht reden und schreiben gleichzeitig. Das macht mein Gehirn nicht mit. So, also ihr wisst es, es hat halt dann etwas Meditatives. Es hat etwas Rauschhaftes. Und ich glaube, Elisabeth Gilbert in dem Buch Big Magic schreibt halt sehr, sehr viel darüber. Ich kann mich nicht mehr ganz an das Buch erinnern. Aber ich weiß, dass sie auch wirklich über dieses, die Magie und das Schreiben und Magie und Künstler sein. Heide redet, dass es Künstlern irgendwo dann eine Melodie einfällt, im Schlaf kommt oder auf der Autobahn kommt oder dass verschiedene Leute die gleiche Geschichte auffangen. Ich habe zum Beispiel etwa zeitgleich mit Charlene Harris angefangen, die Geschichte zu schreiben über Vampire, die aus den Schatten kommen, wo es eine große Pressekonferenz gibt und sagt so, ab heute gibt es Vampire. Fand ich irre, als ich dann irgendwann Suki gelesen habe und meine alte Geschichte in der Hand hatte, die ich mit noch einer Freundin geschrieben hatte im Internet. und ich gedacht habe, okay, das muss ungefähr zeitgleich, muss diese Geschichte rumgegeistert sein. Und, ähm, oder sagen wir eine Idee, weil meins war gänzlich anders als das, was sie geschrieben hat. Aber die eine Idee war vielleicht auf Reisen. Und auch darüber redet Elisabeth Gilbert, dass zwei Autoren die gleiche Idee gleichzeitig haben können an unterschiedlichen Punkten dieser Welt. Und das habt ihr ja auch ganz häufig bei, ähm, Erfindungen, dass jemand in Amerika eine Erfindung macht und jemand in Australien ungefähr die gleiche, dass sich das halt manchmal überschneidet. Und ich glaube, das ist halt vielleicht die Weltenseele, das kollektive Unterbewusstsein, wie immer man es nennen möchte. So, ähm, es soll auch helfen mit Träumen, sich auseinanderzusetzen. Viele Kreative haben Probleme mit dem Schlafen. Und, ähm, ja, die Gefährtin von Salvador Dali, so wurde es hier notiert, ich glaube mal, es wird dann Gala gewesen sein, ähm, hat halt berichtet, dass er sich im Halbschlaf aufraffte, sich im Schein einer trüben Lampe dann hinsetzt und skizzierte. Und, ähm, ja, wenn er dann wieder ins Bett ging, fand er oftmals nicht mehr wieder in den Schlaf. Also, das habe ich von vielen Künstlern gehört, dass sie halt nachts aufwachen, eine Idee haben. Ich heute Nacht hatte zum Beispiel einen Traum und es hat mich völlig genervt, dass ich nicht weiß, wie er ausgeht. Also, das hat mich total abgenervt, weil es ging um Magie, es ging darum, Magie zu erlangen und ich wusste, der stand dann irgendwann in diesem Traum vor einer Tür und ich habe gedacht, das ist eine geniale Geschichte, nur, ich weiß nicht, wie sie weitergeht. Und ich habe echt noch versucht, wieder in den Schlaf zu kommen. Ich habe versucht, wieder dahin zu finden und halt die Auflösung zu haben, was hinter dieser einen Tür ist. Aber Stephanie Meyer hat ja damals auch halt geträumt von einem Vampir, der auf einer Wiese liegt und ist am Glitzern. Und wir wissen alle, was daraus geworden ist. Twilight. Und da seht ihr ja auch, dass in Träumen ganz häufig irgendwelche Ideen nach oben befördert werden und der eine kann sie halt greifen und umsetzen und andere vergessen sie vielleicht wieder. Überhaupt, Träume sind ja sehr, ich liebe ja auch, Träume zu entschlüsseln. Ich habe irgendwann aufgehört damit, aber ab und an kommt immer noch mal so ein Traum und ich denke, hey, was ist da jetzt eigentlich los? Warum träume ich das? Träume finde ich, ich finde auch Traumsymbole sehr, sehr spannend. Ich habe auch mal irgendwann im Internet, was habe ich nicht schon alles gemacht, ein Traumdexikon angefangen aufzubauen, habe es dann aber doch aufgegeben, weil ich da ein Pingel wieder mal war und nie fertig geworden wäre. Aber es ist spannend, also sich wirklich mit seinen Träumen auseinanderzusetzen. André Heller nannte seine Geistesblitze wohl die Ernte seiner Schlaflosigkeit. Also falls ihr André Heller nicht kennt, das ist ein österreichischer Liedermacher. Er war ja auch der Begründer mit von Roncalli, von diesem Zirkus. Er ist aber dann, glaube ich, ein Jahr später schon wieder ausgestiegen. Also nur, dass ihr ungefähr wisst, aus welcher Ecke er kommt. Das Gute ist halt, nachts verbindet sich der Input, den ihr über den Tag gesammelt habt. Also alles, was ihr aufgenommen habt, ob ihr jetzt eine Doku gesehen habt, einen Film gesehen habt, Gespräche geführt habt, ihr wart einkaufen, all diese Eindrücke werden in der Nacht dann mit dem, was ihr bereits gelernt habt, was bereits bei euch vorhanden ist im Kopf, mit dem wird das halt abgeglichen und daraus entsteht was Neues. Es werden halt neue Verbindungen geknüpft. Und daraus entsteht natürlich Kreativität. Ich muss sagen, dass ich zwei immer mal ganz tolle Träume habe und die ich auch sehr, sehr spannend finde und sehr cool finde. Aber wirklich, dass ich jetzt sagen kann, ich bin nachts kreativer, kann ich nicht unbedingt sagen. Ja, was Kreativität auch, weil Kreativität helfen soll, und das leuchtet mir absolut ein, ist, sich Herausforderungen zu stellen. Also sich immer wieder zu sagen, okay, das ist eine Herausforderung, die meister ich jetzt. Oder ich improvisiere auch. Improvisieren, ich glaube zum Beispiel, dass ein Geldmangel euch kreativer macht. Bin ich einfach felsenfest von überzeugt, weil ihr seht etwas im Internet und ihr sagt euch, okay, das kann ich mir jetzt nicht leisten. Was ist die günstigere Alternative zum Beispiel? Oder wie kriege ich das auch hin? Oder ihr seid halt zu Hause, ihr könnt jetzt nicht einfach losfahren und euch sagen, okay, ich kann mir das und das Werkzeug holen und dann werdet ihr definitiv kreativer, wenn ihr einen Geldmangel habt. Also ich muss da jetzt mal widersprechen. Wieso? Also ich denke zum Beispiel, dass Geldmangel auch sehr häufig Kreativität stoppt. Wenn ihr jetzt die Idee habt, zu einem mega tollen Bild oder zu einem Kleid, was ihr euch nähen wollt oder egal was, und dann fehlt das nötige Kleingeld, hilft die ganze Kreativität nicht. Okay, das ist aber eine Sache, wo Mar und ich uns grundlegend unterscheiden. Mar hat meistens ein Bild im Kopf und dann will sie es genauso umgesetzt haben. Ich sage mir, okay, ich habe ein Bild im Kopf und ich benutze das, was gerade da ist. Also das muss nicht hundertprozentig sein. Wenn ich jetzt zum Beispiel, nehmen wir an, ich könnte nähen, nehmen wir jetzt an, ich würde jetzt ein Kleid mir nähen wollen. So, aber Stoffe, wisst ihr selber, sind teuer. Teilweise sogar sehr teuer. So, und ich wollte jetzt, dann würde ich halt gucken, ob ich das ganze Ding nicht einfach im Patchwork mache oder ob ich nicht ähnliche Sachen halt finde oder ob ich nicht Decken kriege, die einen ähnlichen Stoff haben. Versteht ihr? Ich glaube, dass Geldmangel sehr oft erfinderisch macht. Ihr müsst ja improvisieren. Ihr könnt euch ja nicht alles immer so perfekt kaufen und leisten, wie ihr es im ersten Mal wollt. Okay, es geht jetzt. Und dann entsteht was Neues. Ja gut, aber sind wir ganz ehrlich, du weißt es selber, basteln und malen und so weiter ist schon nicht unbedingt das günstigste, was du machen kannst. Du brauchst Farben, du brauchst Untergründe, auf die du malen kannst und so weiter und so fort. Ja, aber schöne Sache ist zum Beispiel, dass ich gesagt habe, ich sehe nicht ein, mir, und ich weiß, die sind recht günstig, die Billy-Regale von Ikea zu holen. Ich weiß, das hat jeder und ich finde die total schön und schick und alles. War aber, das Geld war mir zu schade. Punkt. Und dann haben wir halt Schwerlastregale geholt und jetzt ganz ehrlich, ich bin mit den Schwerlastregalen wesentlich zufriedener, als wenn ich mir die Billy-Regale geholt hätte. Ich bin einfach damit schon wesentlich mehr zufrieden, weil ich mir die anderen Dinge einfach übersehen habe, weil die überall stehen. Aber ich wollte halt was anderes, ich wollte was Modernes, ich wollte nicht mehr dieses... Vor allen Dingen hast du ja auch eine ganz andere Stellfläche. Ich wollte es heller haben, ich hasse Braun mittlerweile als Farbe und ich wollte halt es heller haben, definitiv heller und ich wollte dieses Braun aus meinem Leben kicken. Und da ich gesagt habe, okay, Geld wird in andere Sachen angelegt, als dass ich mir jetzt hier Regale davon hole, musste ich halt kreativ werden und dann bin ich kreativ geworden und habe dann diese Schwerlastregale entdeckt und habe gesagt, vielleicht wäre das was und jetzt bin ich extrem stolz und dann habe ich gesagt, okay, was mache ich mit der hinteren Fläche und habe dann halt die DVDs aufgestapelt und da noch mal Bücher draufgestellt. Ich meine, ich hoffe, ihr versteht es einfach, dass man, wenn man jetzt einfach sagt, ich habe nur begrenzte Mittel zur Verfügung, muss man prinzipiell kreativ denken lernen. Man kann natürlich dann auch verzweifeln, kann sagen, ich kriege es nicht ganz so genau so hin, wie ich es haben will, ich heule, mir geht es schlecht, aber es geht auch so, dass man sagt, ich kriege nicht genau das, was ich jetzt haben will, aber ich kann mir was ganz, ganz Eigenes schaffen und das ist das Denken, was ich schnell angenommen habe. Ihr wisst es selber, dass bei uns immer auch mal extreme Geldknappheit war und ich dann halt kreativ wurde. Ich musste kreativ werden, das gehörte dazu. Ich sage ja nicht, dass es sich, also es ist sowohl als auch, natürlich macht Geldmangel kreativer, weil man, wenn man einen gewissen Lebensstandard trotzdem halten will, muss man schon umdenken, da muss man sich schon was einfallen lassen. Aber auf der anderen Seite, wenn du natürlich jetzt in Farben schwelgen willst und du willst ein großes Bild malen von zwei Meter mal fünf Meter, meinetwegen, dann wird es schon schwierig. Natürlich kannst du sagen, ich male, hol mir Tapetenrollen oder sonst irgendwas, male da drauf, aber es ist kreativitätsfördernd. Ich sage jetzt nicht. Ich meine, ich finde es toll, wenn ich 100 Farben da stehen habe und ich habe, wir haben, Leute, es ist auch toll, Farben zu haben, die richtig gut decken und nicht dieser Billigkram. Sagen wir, ich glaube, das war in Comedians, Gettin, Kass, Comedians in Kass, Gettin Koffi. Da war Jim Carrey und er war, hatte Seinfeld dann halt bei Ersichthalter im Atelier und ich habe nur gedacht, mein Gott, ist das geil. Das ist ja wohl mega. Er hatte so viele Farben da stehen, eine Unmenge an Farben und dazu hatte er dann noch so Gerüste, wo er sich dann eben drauflegen konnte und konnte von oben malen oder unter der Decke und ich habe nur gedacht, mein Gott, Hammer, der kann sich voll ausleben, der kann da wirklich seiner Kreativität voll seinen Lauf lassen. Ja, ich finde das auch nicht schlecht, nur gerade im Anfang. Ich finde es gut, ich finde es gut, mit begrenzten Ressourcen erst mal arbeiten zu müssen. Ich bin davon absolut überzeugt, dass es ja genauso wie Mar, die Bio-Ü von Keith Richards gelesen hat, live, und dass sie nichts ihnen vormachen konnten in dieser ganzen Sache mit den Verstärkern und so weiter, weil sie mussten improvisieren, sie wussten dann irgendwann, wie der Hase läuft und sie wussten es wirklich, weil sie die Sachen auseinander gebaut haben und so weiter. Wenn sie von vornherein immer das perfekte Zeug bekommen hätten, wäre da unheimlich viel auf der Strecke geblieben. Ich finde, dass Ressourcenknappheit kreativ macht und die Kreativität ankurbelt. Irgendwann habt ihr dieses kreative Denken, dann ist es super, mit einem großen, also mit Geld auch um euch werfen zu können, um euch alles leisten zu können, damit ihr diese Kreativität ausleben könnt. Und nichts ist frustrierender, als wenn ihr ein Projekt habt und euch noch nicht mal ansatzweise die Sachen leisten könnt, die ihr dafür haben wollt. Aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe einfach nur das Gefühl, dass sehr häufig dann irgendwann mit der Kreativität es zur Neige geht, weil man einfach absolut beengt ist, weil man nicht den Platz hat oder eine Stelle, einen Ort, wo man sich halt kreativ ausdrücken kann. Wenn ihr, wir haben ja nun viele Leute in unserem bekannten Freundeskreis, die ja auch sehr kreativ sind und wenn die jedes Mal erst ihre Farben wegräumen müssen und müssen, weil an dem Tisch muss gegessen werden oder sonst irgendwas, irgendwann hat man diese Räumerei ständig eben nicht, da hat man dann einfach keinen Bock mehr drauf. Das ist ja auch das, das fängt ja schon an und wir wissen, es ist nicht kreativ, aber wenn ihr ein Puzzle macht und ihr habt keine, keine Fläche, wo ihr sagt, okay, da muss ich nicht ran, wie oben auf den Schrank legen oder wo es eben nicht stört, dann wird es irgendwann so, dass die Bequemlichkeit halt siegt. Ja, trotzdem, ich hoffe, ihr versteht meinen Punkt. Ich finde, begrenzte Ressourcen am Anfang, vor allen Dingen, wenn man jetzt auch einfach mal sagt, ihr könnt ja auch Geld wie Heu haben, aber wenn ihr am Anfang wirklich sagt, wenn, wenn es mit der Kreativität mal nicht so ist, dass ihr eure Ressourcen halt einfach mal limitiert in allen Bereichen, dass ihr sagt, okay, ich merke, ich bin überhaupt nicht mehr kreativ, ich limitiere meine Ressourcen, das heißt, ich werde jetzt nicht extra nochmal einkaufen gehen, ich versuche was aus den Resten zu machen und wenn es mal Baba Bäh schmeckt, dann schmeckt es mal Baba Bäh. Ist das das Neue zu essen? Aber ihr versteht, was ich meine. Ich bin auch dafür. Oder halt mal zu sagen, okay, ich nehme jetzt mal drei, vier Stifte oder es gibt ja auch diese Kreativ Challenges. Ich weiß, dass es die gibt bei dem Puppen Repainting, dass man halt sagen muss, oder dass sie es halt sagen, dass sie es mal mit billigen Stiften machen und da kommen auch gute Sachen bei raus. Einfach, dass sie sich selber auch eine Challenge geben, dass sie sagen, okay, wir geben jetzt mal nicht, wir haben hier nicht das Super Supply. Was kriegen wir hin, wenn wir jetzt ganz normale Sachen benutzen, so wie sie aus dem normalen Kaufhaus kommen und nicht aus irgendeinem teuren Kreativ Shop. Und das wird interessant. Und da wachsen sie dann auch über sich selbst hinaus, machen sich mehr Gedanken, als wenn sie alles haben. Dagegen sage ich ja nichts. Ich sage nur, das eine hat vor und das andere hat auch vor und Nachteile hat immer alles. So. Ich bin nicht gegen Geld. So. Und wenn ich sage, okay, ich habe die Möglichkeit, ein Atelier zu haben und ich kann da riesige Leinwände haben und ich habe die ganzen Farben da und ich kann diese Farben auch noch mischen und so weiter und so fort, ist das doch geil. Ja gut, aber ich glaube, du verstehst nicht, dass ich jetzt einfach sage, es macht kreativ. Du hast gesagt, Geldmangel ist kreativer. Ich sehe nicht da, dass es kreativer ist. Ich sage nur, natürlich musst du kreativ werden, wenn du dir die Sachen so nicht holen kannst. Aber ich glaube, dass man Kreativität auch sehr gut ausschöpfen kann, wenn man alles zur Verfügung hat. Das hast du doch jetzt eben gerade schön bei den Kindern, war es vielleicht für dich einleuchtender. Und ich bin wirklich nicht gegen Geld. Ich sage einfach nur, dass es halt besser ist, mit limitierten Sachen auch mal zwischendurch zu arbeiten. Wenn ich jetzt mein Kind will, habe ich doch gar nichts. Mein Kind will ein Zelt im Dings. Und bei Ikea wissen wir jetzt alle, es ist ja auch gerade mega schicky, sich den Kindern so ein Zelt in Dings zu stellen. Das ist alles ganz top und so weiter. Aber wirklich zu sagen, auch ohne Anleitung oder so, dann bau dir doch ein Zelt. Guck dir vielleicht mal an, wie das die Indianer gemacht haben. Guck dir vier, fünf Anleitungen an und dann guck, was du hast und dann mach mal. Jetzt kommen wir zu einer ganz anderen Diskussion. Ich meine, es ist natürlich so eine Sache, wenn ich irgendetwas selber gemacht habe und ich bin damit zufrieden mit dem Resultat, hänge ich auch letztendlich ganz anders daran. Kommt ja auch noch dazu. Und ich habe was selber hergestellt. Ich bin dann ja auch stolz darauf. Das ist jetzt was ganz anderes. Ich habe nur gesagt... Ich sage nur, dass der Geldmangel mich persönlich kreativ gemacht hat. Dass ich halt, wenn ich... Nehmen wir jetzt an, ich wäre Millionärstochter. Wäre ich garantiert nicht so, dass ich so viel Kreativität angewandt hätte in meinem normalen Leben. Ich erinnere mich daran, wo ich den Fehler begangen habe beim Puppenrepainting, bei deiner Susan, die ich dir gemacht habe und den falschen Stift benutzt habe und auf einmal war der gesamte Kopf lila. Weil das... Stimmt. Weil ich hatte... Nein, ich hatte eine Haarsträhne mit schwarzem Edding angemalt. Diese schwarze Farbe ist in das Plastik des Kopfes rein und hat alles lila gefärbt. So, wenn ich jetzt natürlich mega viele Ressourcen immer übrig habe und nicht gelernt hätte, kreativ zu sein, weil ich es sein musste und weil ich Improvisation halt das zu meinem Leben lange Zeit gehörte und ich das auch niemals aufgeben werde, das Improvisieren, weil ich es einfach wertvoll finde, habe ich mich hingesetzt und habe überlegt, wie kriege ich das jetzt hin, dass ich die weiter benutzen kann. Hätte ich jetzt Geld wie Heu gehabt, hätte ich gesagt, naja gut, okay, ich nehme eine neue Puppe. Ich habe da unten viele Puppen daran, hat es nicht gelegen, aber alleine jetzt, für mich ist es jetzt auch eine Herausforderung geworden, zu sagen, okay, wie kriege ich das weiterhin hin. Also ich hätte es mir da einfach gemacht, ich hätte gesagt, diese Puppe wird jetzt nicht Susan, diese Puppe wird jetzt dieses Kind bei Willy Wonka und da mache ich dann noch so einen schönen dicken Körper drumrum, dass sie aussieht wie eine Blaubeere. Aber Leute, ich habe es hingekriegt. Ich habe ganz, ganz viele, ganz feine Schichten Acrylfarbe aufgetragen. Jetzt müsst ihr da durch. Nein, in Hautfarbe und es sieht richtig gut aus. Ich habe diese Puppe repariert bekommen. Das war natürlich für mich ein schwindelerregender Akt, weil einmal verzeichnet, ich hätte alle Farben, Schichten, alle diese hauchdünnen Farbschichten, Acrylfarbe wieder runterholen dürfen, dann, wenn ich die Augen gezeichnet habe und so weiter. Aber, ich habe dadurch unheimlich viel gelernt und dieses Try und Error und dann Fehler wieder beseitigen, lernt ihr nicht, wenn ihr sagen könnt, hey, das ist nichts geworden, ich hole mir alle Supplies wieder neu. Ich sage, ich habe nichts gegen Geld. Ich habe einfach nur, es geht hier um Kreativitätssteigerung und improvisieren kann ein großer, großer Schlüssel dazu sein. Ja, Mar, das sieht sehr gerade genervt aus. Ich glaube, da kommen wir auch nicht auf einen Punkt. Ich sage doch nur eins, weil du so gesagt hast, das ist das Heilmittel, damit wird man jetzt echt kreativer. Und ich habe nur gesagt, dass Geldmangel durchaus auch mal der Kreativität ganz knallhart Grenzen setzen kann. Vor allen Dingen tut es eins, es kann euch in einen Lähmungszustand befördern, weil ihr Angst habt und dann gar nichts mehr geschissen bekommt. Genau. Und euch dann nicht mehr traut, auch auszuprobieren. Weil ihr wisst, ich habe nur diesen einen Versuch, diese eine Puppe zum Beispiel. Aber im Allgemeinen, dieses Spielerische kann dann natürlich bei Flöten gehen. Aber sind wir jetzt ehrlich, wir reden hier jetzt nicht um, ich muss mir überlegen, wie ich noch mich selber ernährt kriege für den Monat. Wir reden jetzt einfach davon, dass man nicht sagen kann, so, ich hole mir alles immer fertig und gut und so, wie es im Katalog steht, sondern halt wirklich zu sagen, wie kriege ich es selber hin. Ja, habe da nichts gegen einzuwenden. Ja, kommt mir nicht so vor. Okay, kommen wir jetzt zu einem anderen Teilbereich. Vor Herausforderungen stellen und diese meistern hilft halt. So, deswegen sind wir ja überhaupt da drauf gekommen. Jazzmusiker, ich kenne mich nicht wirklich mit Jazz aus, aber die müssen andauernd provisieren. Sie haben ja auch diese, dass sie sich da einfach so verständigen mit Zeichen oder so oder der eine gibt einen Takt vor, der andere steigt ein. und dadurch sind sie wesentlich kreativer als Leute, die zum Beispiel klassische Musik machen. Klassische Musik, meiner Meinung nach, tötet sogar Kreativität. Nachdem ich dieses Buch gelesen habe, Tiger Mom, ich glaube, es heißt auf Deutsch die Mutter des Erfolgs, habe ich nur gedacht, wie viel Kreativität wird aus den Kindern rausgeprügelt, wenn sie klassische Musik lernen. Okay, aber das ist ja im Grunde genommen das, was du ja eben auch gesagt hast. Du musst dein Handwerk halt ja auch lernen, um dich wirklich letztendlich dann irgendwann hundertprozentig kreativ ausdrücken zu können. Wenn du die Techniken nicht drauf hast, sieht es halt schlecht aus. Irgendwann kommst du da auch an deine Grenzen. Und ich glaube, bei der klassischen Musik, okay, es ist natürlich was anderes, ob du jetzt zum Konzertpianisten getrieben wirst oder ob es heißt, das sind die Grundlagen und was du danach spielst, das ist mir egal. Oder auch immer mal Zeit zum Experimentieren den Kindern gegeben wird. Was ja da nicht war, da ging es einfach nur fehlerfrei. Es ging immer nur bei diesem Buch fehlerfrei ein Stück nachspielen zu können. Es ging immer nur um dieses fehlerfrei, das zu machen, was andere vorgegeben haben. Und das ist allgemein ein Riesenproblem in China gewesen. Dieses, weil China hatte ja das Problem, ich weiß nicht, ob sie es immer noch haben, dass da keine Innovation herkam, sondern dass sie ja gesagt haben, wir können alles abkupfern, aber wir können nichts Eigenes entwickeln. Und gerade, es geht ja ja um diese asiatischen Mütter, um dieses asiatische Erziehungsbild, also wie man Kinder halt erzieht. Wenn es natürlich nur auf fehlerfrei und besonders gut kopieren geht, wird die Kreativität lahmgelegt. Dann hat man super gute Handwerker, Handwerker, aber der gesamte künstlerische Bereich ist halt irgendwann abgetötet, weil jeder Fehler halt ein Fehler ist. Und diese Angst, Fehler zu begehen, natürlich auch immer wächst, wenn es ein ganz klares, das ist okay und das ist nicht okay, gibt. Ich lese ja gerade die Bio von, die Autobiografie von Elton John. Und er hat ja auch klassische Musik zwischendurch gespielt. Er ist darin ja auch ausgebildet worden. Nur er hat eben ganz schnell fix für sich gekriegt, ich werde niemals Konzertpianist und sein, er hatte ja zu Hause auf dem Klavier stehen. Sein Vater hasste nichts mehr als Rock'n'Roll und Rock. Also sobald der Alte dann aus dem Haus war, hat er halt diese Sachen geübt, aber beides zusammen. Vielleicht brauchte er diese, du brauchst wahrscheinlich die Grundlagen, um dann weiter, irgendwann weiter zu machen. Keith Richards hatte das nicht gelernt so. Der hat ja ein absolut musikalisches Gehör, der kann sofort irgendwas nachspielen. Das konnte Elton John, ich weiß nicht, ob er es wirklich von Anfang an konnte, aber angeblich konnte er das ja auch schon sehr früh. Aber es nutzt natürlich. Ich meine, ein Picasso hat auch eine klassische Ausbildung gehabt und wurde dann abstrakt. Genau, zu Picasso wollte ich jetzt nämlich noch kommen, weil er hat ja gesagt, lerne die Sachen und dann bricht die Regeln wie ein Profi. Ja. Ja, keine Ahnung. So, Collagen sollen auch ganz eine gute Sache sein. Also, wenn man jetzt kreativ werden will, halt Collagen zu entwerfen, da kann ich euch die Bilder von einem Joseph Cornel empfehlen. Ich hoffe, ich kriege das auch richtig hin. Ich notiere euch den und dann könnt ihr und gebt euch mal einfach den Google-Link, packe ich euch in die Infobox. Das sind, der hat halt Collagen stimmig halt angeordnet. Über den bin ich halt geflogen, als ich irgendwie die Bio über Diane Keatons Mutter, also Diane Keaton hat das Ding geschrieben, halt gelesen habe und sie meinte auch, dass man das Collagen halt kreativ machen, weil man halt, ja, nehmen wir jetzt an, ihr habt bestimmte Dinge und die müsst ihr jetzt neu arrangieren, dass sie ein stimmiges Bild geben. Das ist auch etwas, was euch kreativ macht. Ja, Collagen sind mit Sicherheit sehr interessant, war nie unbedingt meine Sache, aber wie gesagt, ich meine auch die Kreativität für mich nicht unbedingt gepachtet zu haben. Also ich bin halt eher der Handwerker und nicht der große Kreative. Ich bin auch eher diejenige, die etwas abzeichnet, als dass ich, ja, aber da fehlt mir auch einfach das Handwerk. Ich kann es einfach auch nicht. Ich würde keine Bewegung in Figuren reinkriegen. Und so und erfolgreiche Kreativität bedeutet sich halt, dem Zeitgeist zu ver- oder mit dem Zeitgeist zu verknüpfen. Seid ihr, ist eure Kreativität der Zeit voraus oder hinkt der Zeit hinterher, werdet ihr nicht angenommen. Ist das eine Kreativität, die einfach auch nicht erwünscht ist? Also nehmen wir jetzt Mick Jagger. Mick Jagger hat ja zusammen mit Keith Richards unheimlich gut gehende Hits geschrieben und man hatte ihn halt gefragt, wie man den Zeitgeist einfängt. Und er sagte, wir sind alle Ameisen mit Antennen, die in einem riesigen Ameisenhügel leben. Und es hat halt etwas damit zu tun, ein soziales Wesen zu sein. Und ich muss sagen, dass ich halt ganz, ganz schwer an den Zeitgeist momentan andocke. Das ist halt einfach nicht meine Zeit. Ich mag die Mode nicht. Ich mag die Möbel nicht. Ich mag die Filme und Serien und alles, was im Moment zeitgeistmäßig abgeht, bin ich eigentlich nicht, ich komme damit nicht klar. Also ganz, ganz schwer, dass mir mal wieder was gefällt oder dass ich sage, hey, das ist toll. Also der momentane Zeitgeist und Zeitgeschmack, da bin ich halt einfach, das ist nicht meins. Aber das ist ja auch das Schöne, Mode wandelt sich und irgendwann wird es wieder meine Zeit sein. Nur im Moment kann ich halt relativ wenig mit den ganzen Sachen anfangen, während ich Freunde habe, die tatsächlich wie so Chameleons sind. die greifen immer einen Trend auf, als er anfängt in der Luft zu legen. Dann ändern die sich auch wie Chameleons. Aber sie sind, sie haben tatsächlich diese feinen Antennen, die sitzen aber auch von morgens bis abends, zum Beispiel vor Instagram und gucken diese ganzen Storys durch. und alles was erfolgreich ist, gerade erfolgreich ist, das gucken die. Und wenn die dann merken, okay, im Moment gehen sie alle auf das und das und das, wird sofort umgeschwenkt, die alten Überzeugungen werden über Bord geworfen. Und das ist aber ein dynamischer Prozess. Das ist nicht so, dass sie jetzt sagen, okay, das wird jetzt modern, ich bewusst sagen, das wird jetzt modern, da gehe ich jetzt mit. Das ist wirklich etwas Dynamisches, etwas, was einfach durch die Einflüsse, weil sie ja absolut in diesen sozialen Gebilde sind, weil sie, abends läuft der Fernseher, da laufen die erfolgreichen Sendungen, dann halt wirklich Insta-Stories, die Zeitschriften, die gerade in sind, die werden gelesen. Und so ist man natürlich ganz, ganz nah immer am Zeitgeschehen dran. Okay, das ist ja das, was auch Donatella Versace gesagt hatte, da hatte ich, ich weiß nicht, vor ein paar Tagen noch ein Interview gelesen, dass sie halt auch sagt, diesen Zeitgeist aufzuschnappen, das macht man natürlich auch sehr gut, gerade über die Social Media. Und man muss gucken, was machen die Leute auf der Straße, weil die Trends fangen jetzt auf der Straße an. Die werden nicht mehr von den Modestudios so vorgegeben, wie das früher mal gewesen ist, sondern der Designer fängt eher den Trend schon auf der Straße auf und setzt ihn dann halt um. Und ich glaube, das ist auch dieses, man muss sich halt auch inspirieren lassen. Das finde ich, ich mag das Wort. Ich habe jetzt, ich weiß gar nicht, wer es war, Böttinger hat gesagt, sie hasst das Wort, glaube ich, inspirieren, irgendjemanden inspirieren zu wollen. Also das ist eine Moderatorin vom Kölner Treff, glaube ich. Ja, aber ich mag das Wort inspirieren, denn letztendlich, man fängt ja so viele unterschiedliche Strömungen auf und Ideen und Impulse und irgendwas kann man dann daraus machen. Ich meine, ich habe jetzt gelesen, was war denn das? Irgendwas von Oskar Wald, wo jedenfalls dann auch ganz klar gesagt wurde, ja, das Bildnis Historian Gray, klar, naheliegend, wie viele Einflüsse da eigentlich auch zu finden sind von anderen. Natürlich, das Tagesgeschehen, politische Geschehen, Promi, Klatsch und Tratsch und alles Mögliche zusammen und letztendlich ist es ein großer Brei und man weiß gar nicht mehr, woher hat man diese Inspiration oder die. Also, wenn ihr jedenfalls ganz, ganz viel in den Sozialen Medien abhängt und so weiter als Künstler, habt ihr natürlich und euch wirklich inspirieren lasst von allem, was gerade abgeht, werdet ihr natürlich mehr, mehr Zulauf haben, weil ihr immer, ja, weil euer Geschmack wird den Zeitgeist dann eher treffen. Ihr seid halt am Puls der Zeit, wenn es immer so schön heißt. Genau, wenn ihr jetzt aber einen sehr klaren Geschmack habt und sagt, hey, ich fühle mich zu dem und dem halt hingezogen, wie zum Beispiel zur Gothic-Seite oder ich fühle mich hingezogen zu Kawaii oder ich fühle mich zu diesem oder jenen hingezogen, muss natürlich der Zeitgeschmack auf euch drauf fallen. So geht ihr halt mit der Zeit, ihr wandelt euch dann halt. Ich meine, schaut euch mal so etwas an wie Cinderella oder Aschenputtel, wie es ja bei uns heißt oder das doppelte Lottchen. Wie oft sind diese Themen aufgegriffen worden, in unsere Zeit transportiert und immer wieder ist es irgendwo anders oder Pretty Woman ist ja auch nicht viel was anderes als hier Cinderella, die Geschichte. Aber es kommt in einem ganz neuen Kleid, in einer ganz neuen Verpackung und dafür braucht man natürlich auch Kreativität. Aber die Ursprungsidee, die lag eigentlich bei jemand anderem. Und das ist halt dieses Wir bauen ja auch auf auf andere Ideen. Ich sage es ja immer wieder gerne, man kann das Rad halt nicht täglich neu erfinden. Man wird immer etwas verbessern, etwas ändern und daraus wird wieder etwas, was aber etwas ganz Neues, was ganz anderes ist. Nichts entsteht halt im luftleeren Raum. Wir bauen immer auf dem auf, was andere Leute vor uns schon erreicht haben, gebaut haben, gesehen haben, geschrieben haben. Ihr versteht es. So und wie Newton ja auch sagte, der Wissenschaftler Isaac Newton, ihr wisst mit dem Apfel und der, wie heißt es nochmal, Erdanziehungskraft, glaube ich war es, dass wir alle auf den Schultern von Riesen sitzen. Das heißt, wir können nur so weit sehen und so was machen, weil andere schon vor uns da waren und uns den Grundstein gelegt haben. Und alle kreative Köpfe müssen zugeben, dass der Fortschritt oder das, was sie machen, nur möglich ist, weil andere schon Vorarbeit geleistet haben. Und der Geniestreich mag zwar jetzt dann nur einem zugeschrieben sein, aber letztlich waren Hunderte, womöglich mit dem beschäftigt, eine Vorlage zu geben. Kreativität ist nicht, ist nie die Leistung eines Einzelnen. Es ist halt ein sozialer Prozess. Wenn ihr jetzt seht, so was wie Kiss Herring, der hat ja diese Art Strichmännchen, diese sehr vereinfachten Männchen gemalt, die mal sehr in waren in den 90ern und er hätte niemals diese malen können, wenn nicht schon andere Leute angefangen hätten, bestimmte Farben zu benutzen. Wenn Leute an Leinwänden gesessen hätten, hätten daran gearbeitet, wie kriegt man die Farbe am besten auf die Leinwand, an welche Leinwand ist am besten und dies und das und jenes. Es entsteht nun mal nicht im luftleeren Raum. Ihr seid ein soziales Wesen und vielleicht kennt ihr den Film Music and Lyrics, ich glaube der heißt auf Deutsch Mitten ins Herz mit Hugh Grant und mit Drew Barrymore und ich liebe, liebe, liebe diesen Film und da geht sie ja immer raus, sie muss immer rausgehen, sie muss unter Leute gehen, weil sie sagt dann, dann riecht man was Neues, man isst was Neues, man sieht was Neues und dann kommt auch wieder die Kreativität zurück. Ja gut, das leuchtet ja im Grunde genommen auch ein, wenn ich nur zu Hause sitze, nur in meinen vier Wänden und ich verlasse das Haus nicht und ich hole mir keinen Input von irgendwo her. Das heißt, ich gehe nicht einkaufen, ich treffe keine anderen Leute, ich gehe nicht ins Internet, ich lese vielleicht sogar noch nicht mal. Woher soll dann irgendwann noch die Kreativität kommen? Das, also der Input ist mit Sicherheit sehr, sehr wichtig. Man hört eine Geschichte, man sieht ein Bild, man wird auf eine Farbe aufmerksam, einen Geruch, ein irgendwas, was man isst oder so und auf einmal kommen da zu Ideen, wie man es anders machen kann, besser machen kann, wo man das einsetzen kann und ich glaube, da beginnt halt dann auch die Kreativität. Und bei ihr ist es zum Beispiel in diesem Film, Music and Lyrics, dass sie ein Gespräch haben und auf einmal fällt ein Wort und sie denkt, ja, 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 jetzt habe ich es wieder und dann müssen sie auch gleich wieder zurück in die Wohnung ans Piano und müssen weiterschreiben. Es ist halt ein Prozess und es ist Richard Branson, der britische Unternehmer, glaube ich, gewesen, der gesagt hat, dass er nie darüber nachdenkt, was er Neues schaffen kann, sondern immer, was er an Bestehendem verbessern kann, was er verändern kann. David Bowie hat gesagt, dass er stiehlt von anderen Künstlern, aber es gibt gute Stellen und es gibt schlechte Stellen. Gute Stellen ist, dass ihr hingeht und sagt, okay, ich mag den Film Rapunzel von Disney, aber ich mag auch die Simpsons. Was ist, wenn so eine Familie wie die Simpsons im Rapunzel-Turm einsieht? Und weil ich noch nebenbei Gothic gut finde, mache ich das Ganze noch in düster. Versteht ihr, was sich meine Einflüsse hole aus unterschiedlichsten Quellen ist gute Stellen. Ihnen greift eine Idee ab. Schlechte Stellen ist, wenn ihr jetzt sagt, hey, ich mag den Film von Rapunzel, ich mache das Ganze nochmal. Und da ist so gut wie nichts ausgetauscht. Und dann habt ihr ein Plagiat, dann habt ihr ein Problem, dann habt ihr Anwälte am Hals. Aber ihr versteht jetzt, was gute Stellen, was schlechte Stellen ist. Und wir, nichts, wirklich nichts wird geschaffen, nur weil ihr da irgendwo, es wird nichts Neues geschaffen. Egal was es ist, es gibt Vorarbeit, es gibt Leute, wir sind, wir können uns den kreativen Prozess wie ein großes Fußballspiel vorstellen, wo die Leute halt sich gegenseitig den Ball zuspielen und irgendwann geht da einer vor und schießt ein Tor. So wie bei Jackie Rowling, die hat ein Megator in Sachen Schreiben geschossen. Aber wer war alles schon vorher da? Das waren ja nicht nur die Leute, die ihr die Liebe an Geschichten gegeben haben. Es waren die Leute, die sie getroffen haben. Es waren ja auch einzelne Bücher, die sie inspiriert haben. Also das eine Buch von Eva Ibotten, das Bahnsteig 13 irgendetwas, ja, Bahnsteig 13 irgendetwas, soll ja im Grunde genommen auch die Fantasie von J.K. Rowling eben für Harry Potter angeregt haben. Und man weiß manchmal auch gar nicht, woher kommen diese Ideen. Vieles fliegt einem ja auch unbewusst zu. Also Game of Thrones zum Beispiel soll ja sehr auch sich an der britischen Geschichte langhangeln. Aber versteht ihr, es ist einfach, ihr seid nicht alleine in diesem Prozess. Es ist etwas, was man als Gemeinschaft macht. Und das ist auch wichtig zu erkennen, weil man dann erstmal bescheidener wird in dem Ganzen. und vor allen Dingen, wenn man sieht, jemand hat Erfolg, kann man sagen, okay, der hat gerade erstens den Zeitgeist getroffen und das Zweite ist, der hat das auch nicht alleine geschafft. Der ist nicht plötzlich aufgewacht und er hatte die Idee. Nein, da waren ganz, ganz viele Einflüsse, die sich zu einer großen Idee halt zusammengeschmiedet haben. So, und jetzt sind wir bei über einer Stunde. Ich habe noch viele Notizen. Ich denke, wir cutten hier und nehmen dann einen zweiten Teil dafür auf. Das können wir machen. Genau, und dann kriegt ihr Kreativität in zwei Teilen. Ich beruhige mich auch etwas, weil ihr wisst, das ist ja meine Kreativität und die Themenauswahl. Dann weiß ich schon mal, dass ihr zwei Podcasts zu dem Thema Kreativität bekommt. Okay, meine Lieben, das war es jetzt erstmal von uns hier und das nächste Mal beginnen wir dann gleich dafür, wie viel Abwechslung das Gehirn braucht. Also es beginnt mit einem sehr, sehr ähnlichen Thema, um halt wirklich etwas Neues schaffen zu können. Bis zum nächsten Mal. Wir verabschieden uns. Bis dann.